Heute zeigen wir euch ein paar Ausschnitte von unserem Besuch im CAT-Center der 3M in Neuss. Meine Kollegen und ich konnten hier die neuen Schleif-Innovation ausprobieren. Geführt von unserem Gastgeber, dürfen wir Abtragsgeschwindigkeit, Aggressivität sowie die Standzeit der Bänder testen. Ausnahmsweise, was nicht üblich ist, dürften wir ebenso ein wenig Film und unsere Tests aufzeichnen. Es hat mega viel Spaß gemacht und ich freue mich, euch darüber zu berichten. Das erste Band, mit dem wir unsere Tests unterzogen haben, war die neue Version des 984F, neue Bezeichnung 984FX Pro. Hierbei wurde eine Technologie entwickelt, die das überarbeitete, präzisionsgeformte Korn enthält. Das Korn bietet eine verbesserte Standzeit und Geschwindigkeit, was zu einer höheren Produktivität führt. Das dreieckige Keramik-Schleifkorn sorgt für einen kühlen Schliff und reduziert Metallverfärbungen. Außerdem schneidet das Band mit geringerem Druck, was die Arbeitsbelastung reduziert. Es ist bisher in der Körnung 36 erhältlich und eignet sich für mittlere und hohe Druckanwendungen, beispielsweise Angusschleifen und andere Schleifarbeiten, die viel Abtrag benötigen. Die neue Version ist schadstofffrei und kann für die Bearbeitung von Edelstahl, Kohlenstoff, Kobalt und Nickel-Legierungen eingesetzt werden. Wir haben das Band in eine Roboterschleifmaschine eingespannt und bei gleichbleibendem Druck und Dauer Metallstäbe abgeschliffen. Das gleiche haben wir mit dem Vorgängerband 984F gemacht und 40% weniger Abtrag generiert. Beim nächsten Test haben wir das 984FX Pro gegen ein gleichwertiges Band antreten lassen und haben es in eine Bandschleifmaschine eingespannt. Hier dürfte jeder von uns 20 Sekunden mit 50 Kilogramm Druck, siehe Manometeranzeige, Metallstäbe abschleifen. Beim Vergleichsband hatten wir weniger Abtrag in der gleichen Zeit plus Verfärbungen. Wichtig! Beim Schleifen müssen Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden. Bei unseren Tests haben wir unser Gehör, unsere Sicht sowie die Atemwege und die Haut geschützt. Dämpfe, Metallstaub und heiße Späne sowie Lärmbelastung können auf Dauer bleibende Schäden hinterlassen. So stay safe! Weiter ging es dann mit dem Band 726A und 423A. Beide Bänder finden ihre Verwendung in der Dimensionierung, in der Verblendung, der Feinbearbeitung, der Oberflächenvorbehandlung und dem Finish. Häufig in den Branchen der Sanitärarmaturen, Baubeschläge, Turbinschaufeln, Handwerkzeuge und medizinische Implantate. Der Unterschied bei den zwei Bändern liegt am Schleifmittel an sich. Das 726A hat ein präzisionsgeformtes Korn mit einem Aluminiumoxidgemisch und das 423A hat ein Siliziumkarbid auf der Unterlage. Siliziumkarbid hat härtere und schärfere Körner. Sie sind aber nicht so haltbar. Auf der anderen Seite ist Aluminiumoxid haltbarer und kann für Materialien mit höherer Zugfestigkeit verwendet werden. Siliziumkarbid wird gerne verwendet für Materialien, die ein gewisses Oberflächenfinish benötigen. Beide Bänder verfügen über das J-Trägermaterial, welches aus Baumwolle und Polyester besteht. Dadurch sind die Bänder kantenreißfest, flexibel und anschmiegsam. Sie verfügen beide über eine Antihaftbeschichtung, welche die Abtragsrate erhöhen und die Standzeit verlängern. 423A eignet sich hervorragend für das Finishing von Edelstahl, Weichenmetallen und Titan. Der Körnungsbereich liegt bei Korn 120 bis 1000. 720A eignet sich für die Bearbeitung von Edelstahl, Aluminium, Messing und anderen Weichenmetallen. Der Körnungsbereich liegt hierbei von Korn 80 bis 400. Nun kommen wir zum 767F. Dieses Band zeichnet sich aus durch schnellen Abtrag und langer Lebensdauer. Auf der Schleifunterlage aus Polyester befindet sich präzisionsgeformtes Keramikkorn. Das Band hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und kann sich gegenüber anderen Bändern mit Aluminiumoxid und Zikon-Korund auf jeden Fall beweisen. Der Anwendungsbereich liegt bei grobem Materialabtrag sowie entfernt von Schweißnäten. Erhältlich in den Körnungen 36 bis 120. Wenn auch Sie Ihre Produktivität steigern wollen oder Ihren Schleifprozess optimieren möchten, helfen wir Ihnen gerne dabei.